Da ist Tempel, gell? Ciao, Chris! Was?! Ich sag sogar noch Ciao, Chris! Wie wir... Ja, und mit diesen Worten nochmal Hallo! Also meine Sicherheitsaufnahme darf ich schon mal. Ja, okay. Ich geh... Weiß nicht. Komm ich da auch runter? Simon stirbt. Oh, ich krieg schon. Wer hat eigentlich meine Eile aufgesammelt, Simon? Hey, ich hab gar keinen. Was hast du wieder aufgesammelt, Chris? Einen habe ich mir gesnackt, aus Versehen. Ja, Simon, du musst zu den anderen beiden kommen. Du Depp! Wo ist das Schwerdexperte? Ja, das war bestimmt Chris. Nee, das war unten in der Höhle, keine Sorge. Ja, das warst du also. Oder war's Martin? Nee, das war bei mir möglich. Nee, Martin hab ich gesehen. Ja. Alter! Alter, Chris! Was machst du? Ich komm jetzt auch runter. Oh, scheiße. Moment. Alter, Kurt. Power, wie findest du das so? Wir tun's gut. Und wir hoch. Also hier geht man rein mit diesen riesen Eingangshalle. Was? Was? Nein! Nein! Ich komm nicht hoch. Jetzt bloß nicht schlagen. Ich hab komisch platziert. Oh, okay. Schau's dir. Und dann muss Chris schlagen, Chris schlagen. Danke Chris, dass du die Leiter hast. Moins. Hier. Nein! Mikro. Da fehlt immer noch eine. Ich hab dir eine runtergeworfen. Erstmal Chris schlagen. Kopfgeld. Kopfgeld. Hallo Christian. Hi. Gleich jetzt. Jetzt zur Folge die ganze Zeit nur hier blöd rumgehen. Ach, Schambin. Weiß immer noch nicht, was wir machen müssen. Erstmal vor Simon. Simon Style. Also... Yu-Gi-Oh! Carly Style. Ich mach jetzt wieder einen Kuchen. Ich suche nach neuen Landschaften. Okay. Ich geh mit. Ach, Scheiße. Mir fehlt ein Ei. Ja. Der ist schon allen klar. Nein! Da ist Zombie. Jo, halbes Herz. Läuft bei dir, Zombie. Läuft bei dir! Bei dir auch! Wüste. Dann ist ja Flatland. Schnell, 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 Schnell. Joch! Hey, noch ein Wüste. Was? Ja, das ist ein neues Wüstendorf. Beziehungsweise... Ne, das ist ein Tempel, das ist ein Tempel. Tempelrach. Okay, ich fahre noch ein bisschen. Boah, mal weg von diesen... Viechern hier! Das kann ich mehr auszuhalten. Hä? Haben wir noch Eisen? Gold. Und Paul auch. Paul, haben wir noch Eisen? Ich hab noch vier. Das nur Scheiße drin schon wieder. Ja, schon drei haben, bitte. Gold auch. Ne, vor allem nicht. Gold. Da ist nur Scheiße drin. Ja. Mensch. Die Eisenrüstung kannst du mal hinbekommen. Ne. Da ist Tempel, gell? Ja. Jochris. Was? Ich sag sogar noch Ciao, Chris. Wie? Ich hatte voller Eisenrüstung? Und ich war voll Halal. Ja, ja. Ja, wow, wir spielen auch normal. Was kommt hier denn? Natürlich kannst du da mit nem Creeper sterben. Das ist doch... Einfach geht das was sogar noch. Du sprichst... Soll ich sie einsammeln, oder kommst du? Ja, komm, ja. Weil der hat nur einen Fall gelassen, der Zombie. Oh, Junge. Ne, ich geh wieder hoch. Es ist mir jetzt zu viel Mob hier unten. Zu viel Mobbing? Zu viel Mobbing, ja. Ich fühlte mich gemobbt. Ich fühlte mich gemobbt. Ich fühlte mich gemobbt. Oh, ich weiß nicht, was... Beeil dich, Chris. Werd schon belagert. Ja, komm. Ich bin bald wieder da. Wo ist mich fertig? Hier habe ich's Griff gerät. Ja? Schon wieder raus. Nein, ach, jetzt kann ich nicht mehr spenden. Hast du Essen mitgenommen? Ja. Hast du... Hattest du was dabei? Hab grad gar nichts dabei. Das ist schlecht. Bis dahin sag ich's noch. Ich meine, ob du was hattest. Bei den Sachen. Ach so, ja. Oh, was ist jetzt schon wieder? Scheiß Baby-Zombie. Komm ab. Ein Helm ist gemobbt. Boah, die regen auf! Alter! Boah, meine! Boah, hast du meinen Helm eingesammelt? Ich nehme, oder? Ich hab deine Axt eingesammelt. Ach so. Vielleicht liegt's ja noch. Da liegt noch was! Ah, okay. Du nimmst einfach die Helm dir nicht mit. Jaaa... Sorry! Haha, ich heult leicht. Ich nicht. Erstmal Wasser raus. So viel Mobbing hier. Okay. Geh wir weiter? Ja. Alter, was? Was? Ich bin der! Boah! Keiner mag dich hier! Keiner mag dich hier! Färte Spinn, ne? Warte! Ja, der war! Juh, der Pfeil! Ja! Wie? Hey, das Hasen soll aufhören abzuhauen. Wieder eine Hasenpfote. Mensch, wegen dir brenne ich jetzt. Mensch! Metzger. Metzger. Metzger, Martin. Metzger, Martin. Die Mocker krampeln mir das ganze Geld. Martin, geh dich beschweren. Geht's doch nicht weiter? Nee, lieber nicht. Seemann hat mir Beschwerde abgereift. Seemann ist der Mitarbeiter des Monats. Ja, echt, als hab ich Urlaub gekriegt. Ja, da wirst du was aussuchen. Ja, Paul, oder? Kann sein. Also, ich darf ja entscheiden. Schei... Äh, dann gehen wir nach rechts. Okay. Okay, Urlaub vorbei. Ich glaub, da ist auch mehr. Und dann noch weiter rechts. Ja, irgendwann laufen wir dann in den Kreis gelaufen. Oh! Oh! Geh nett battle! Oh! Geh nett battle! Oh! Dann brauch du wenigstens. Ein Schaufel zum Craften. Ah, was noch bleibt. Ah, verdammt. Jetzt kann man was verschieben machen. Oh, jetzt geht der Tom. Alter. Der Wichser, die Lochkappe. Hier kommt nicht so kaputt. Alter, du kannst gleich steigen. Versuch mal, in meinem Boot einzusteigen. Entschuldigung. Moin. Das Bootyboot war gut. Kann ich nach hinten schauen, deswegen. Ah ja. Versuch mal, einzusteigen. Hey, du hast mich mitgenommen. Ne, rechtsklicken. Ja! Geil, das geht! Was denn? Wir können zweitens Foto rein. Kannst du auch steuern? Was? Nee, kann ich nicht. Okay, erfahr ich einfach. Boah, wie geil das aussieht. Vor allem, beide noch mit nem Schild in der linken Hand. Vielleicht, oder? Wieso Wikinger, oder? Ja, genau. Boah, wenn wir jetzt beide Beilschilde hätten. Oh ja, stimmt, das ist mir geil. Kann man ja schön zweiter Seite anziehen und beide Hände? Ja, du kannst es nur nicht der nehmen. Sieht aus am Schrafen geil aus, oder? Ja, klar. Sieht aus, als hätten wir sich so verstärkt. So richtig geil. War ein bisschen außen rum. Und wie ist es hinten? Ja, ziemlich angenehm. Macht 6,50. Was? Was? Pro Block. Ja, nee. Ist aber ziemlich teuer. Naja, wir sind ja noch nicht da. Achso. Überall Wüste. Nehmen wir schon. Was ist da hinten? Ist da ein Sumpf? Ne. Ne Insel! Ja, das wissen du jetzt. Also ich weiß ja nicht, wo wir hinwollen, aber... Ja. Wir fahren einfach mal los. Wir wissen ja ungefähr, wo es hingeht. Ungefähr. Ja, komm. Das ist auch nur ne Insel. Das ist auch nur ne Insel. Mhm. Fahren wir einfach weiter. Vielleicht enden wir irgendwo, äh... Tempel? Tempel, ja. Ja, ist mir geil. Ich weiß aber nicht, ob wir da reingehen sollen. Ja, glaub ich auch nicht. Weil wir haben noch nicht mal wieder Wasseratmungstränke. Ja, das ist echt schön. Da ist ein Tempel! Was? Mann. Okay. Jetzt wissen wir auf jeden Fall auf die Koordinaten. Ja, stimmt. Screechot. Machst du da schon rein, oder? Nein! Auf keinen Fall! Wir werden sowas sonst zerstört. Oh, hoffentlich sind keine Rechte. Oh, da ist schon einer. Oh. Ich fahr lieber vorbei. Ja? Nicht, dass wir noch den Effekt kriegen. Und scheiße, was mach ich? Was warst du? Man fährt nicht mehr mit der Maus, sondern man fährt jetzt mit WASD. Ja. Enten ist was. Vor allem die Paddel. Ja. Also ich würde das faxen. Zeig. Zurückfahren darfst du. Na okay. Sieht auch hier nur nach Nensel aus. Sollen wir den Keller zwei Blöcke hoch machen, oder drei? Aber Junge, wie riesig ist der Ozean? Hey, Frage an euch. Keller zwei Blöcke oder drei Blöcke? Wobei zwei Blöcke halt eher Kelleratmenschere ist. Ich würde schon drei Blöcke sagen. Hey, zwei Blöcke ist scheiße. Ja. Verbaut denn bitte Häuser mit zwei Blöcke. Nö. Ist auch wieder nur so eine kleine Insel links. Naja. Wo sind wir denn grad? North. Deep Ocean. Noch ein Tempel. Alter. Okay, cool. Und ne Insel. Die sehen geil aus, die Tempel irgendwie. Oh ne Insel. Warte, du brauchst du Holz? Ja. Ganz viel. Kann mir nie genießen. Und unten werde ich halt Kabel-Stone machen. Moin, links hier ja. Links, ja. Das sieht gut aus. Oh nein. Oh, da könnte man halten. Hm. Da ist ja ein Tempel. Da ist irgendwas. Ne. Das ist ein Hügel, oder? Ja, doch. Das sieht aus wie ein Haus. Cool. Ja. Das ist ne Insel, oder? Aber die kommen ja die töten. Und dann lass sie mich töten und dann haben wir Essen. Hm. So, kurz auf die eine Seite. Alter, was ist das für Insel? Echt? Ja. So. Äh. Weißt du wie lange du schon aufnimmst? Ähm. Knapp ne Viertelstunde, glaub ich. Ich hab so ein Viertel nach angekommen. Dann. Okay, dann wär's das für die Falten, oder? Also ich schau jetzt gleich nochmal nach, ähm, ob ich noch ein bisschen aufnehmen muss. Wenn ja, dann schneid ich das hinten dran, wenn nein, dann von meiner Zeit aus schau. Und bis zum nächsten Mal. Moment, wie jetzt? Wie jetzt? Wie jetzt? Ja, ähm, ich schau dann jetzt gleich, ob ich fünf Minuten hab. Wenn nicht, dann nehm ich einfach nochmal ein bisschen drauf, äh, auf. Ja gut, wenn du unsicher bist, dann kannst du ja schon noch was dranhängen. Ach du Scheiße. Ja, die Schlucht ist nicht sehr groß. Ja, komm. Da hinten geht's weiter. Aber jetzt ist auch nur Insel, oder? Ja. Paul? Ja. Das ist auch wenn du, äh, Glas schmelzt, also ganz viel Glas wollen. Äh, ich hätte ja diesen Glas schon gemacht. Blauer Forest. Okay. Lone Beach. Hm. Sunflower Plains, und hier ist... Blaue Schlauern. Hm. Fangen wir weiter? Ja. Ja okay, willst du fahren? Okay. Ah, schau ja. So. Buuuu. Wie laut sich das bewegt. Ja, aber es geht eigentlich ganz gut. Der Ausflug ist echt geil. Man kann ja nicht nach hinten schauen. Ja. Aber, ja, dann rückt man schon ganz gut. Berge. Hm. Ich glaub da ist Festland. Ja, oder? Und? Fahr ein bisschen außen rum. Hä? Ja, aussieht ziemlich gut. Ja. Festland sieht cool aus. Und? Ich locke hier einfach mal an. Ha! Perfekt eingelacht. Hm. Und? So. Können Atmen merken. So. Oh, das sind Eichenbäume. Äh, die Fichtenbäume. Die können wir gleich selbst hier mitbringen. Hm. Warum dritt der die automatisch da hinten? Ja, warte, hier ist ein Fichtenbäum. Schau dir schon mal ein bisschen vor. Ja. Ein paar Hühnerkohle. Schafe. Das sieht jetzt cool aus. Was ist denn grad? Ich bin grad ein bisschen am Erkunden. Oh, so. Ja. Aber jetzt will ich mal sagen, dass das das jetzt mal war. Ja, jetzt haben wir keinen Bock mehr auf das Projekt. Wird's abgebrochen. Wir sehen uns beim nächsten Projekt. Was? Im nächsten bin ich wahrscheinlich, äh, wieder der Aufnehmer. Ja, dann können wir's gleich leiden lassen. Halt die Fresse. So. Ja. Tschau. Tschau. Na. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017